Ciao, hallo, hoi, hallo, saluten! Haha, ich bin's Darle Gino. Und bevor ihr das Video schaut, wären wir extrem froh, ihr würdet uns abonnieren. Wenn ihr schon dabei seid, klickt doch gleich auf Gefällt mir. Haha, ich wünsche euch jetzt viel viel Spass beim Video. Tschüss! Hello, my name is Lee Raisi and welcome back to my channel. So, für die neuen YouTuber würde ich empfehlen, schaut euch doch bitte das erste Video von ActressLife1 an, damit ihr wisst worum es geht. Keissseviamkonnassmin mit drei Feliciasvidivindenove. Theater. Work or Hobby? Fingr. Also für mich ist es eigentlich Arbeit. Besser gesagt, es war früher mal... Vor langer, langer Zeit, als ich noch ganz glitze, glitze, klein war, noch ein kleines Kind war, war es mein Hobby. Pero desde que termine mi educación en la escuela de teatro comarte, se ha convertido en mi principal ocupación. Es gibt natürlich auch Leute, die Theater nur als Hobby sehend. Und das ist für professionelle Schauspieler in dem Sinn nicht unbedingt ein Problem. Aber in manchen Situationen, muss ich eher sagen, ein bisschen schwierig. In Switzerland, the acting profession is not a protected profession. That means everyone can work as an actor with or without an education. Citio signifies, que in I und Compagnie ne existas differenzo concerne al pago. Ich habe zum Beispiel so eine Situation in einer der Firmen, in der ich arbeite. Ich erwähne jetzt den Namen nicht, weil ich den Job dort sehr cool finde und das Arbeitsambient sonst wunderbar und klasse ist. Einfach dieser kleine Punkt nervt mich. Ich möchte nochmal ganz klar und deutlich klarstellen. Es gibt mega viele gute Laien, die noch nie in einer Theaterschule gewesen sind und einfach ein mega Talent haben. Und klar, also bei denen muss ich auch sagen, klar, okay, easy. Wenn sie wirklich so gut sind, dann sollen sie auch gleich viel verdienen. Äh, ja, eben. Und dann gibt es noch die andere Seite. Und dann gibt es noch die andere Seite. Por ejemplo, No se permite que un aficionado a la medicina realice una operación quirúrgica. No importa cuántos libros haya leído. No puede trabajar sin una licencia. But, unfortunately, that does not apply to the theater or general art career field. Yeah, it sucks. Why? Why are you doing that? Stop that at once! Zum, zum ganz ehrlich sein, ich, ja, ich habe das früher auch gemacht. Aber, ja, dann sagt man sich immer selber, Ah ja, es ist ja nur zum Erfahrungen sammeln und bla 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 und es ist doch gut. Und dann finden die und die Ausrede. Aber nein, nein, machen Sie einfach nicht. Si tienes una educación en la profesión, no lo hagas gratis. Wenn du anfangs aus der Schule kommst, dann schau auch immer, dass du einen Lohn bekommst. Kann sein, dass er anfangs nicht besonders hoch ist, weil du Erfahrungen sammeln musst. Aber schau, dass du immer, immer bezahlt wirst. Cesu, attento. Set existas except toi. Wenn du ein eigenes Theaterprojekt machst, dann kannst du dir natürlich nicht von Anfang an einen Lohn auszahlen. Und auch neue Projekte, die man mit einer größeren Gruppe startet, sind am Anfang eher brotlos. Meine größte Kritik ist das, dass viele Akteure noch nicht bezahlt werden. Und das, obwohl ich als genug Geld umgekehrt wäre. Oh, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye. Grazie mille! Grazie mille! For watching me later. Please subscribe! Bye laa! Bells euch schaupe. Ich weiß.